Herzlich Willkommen zu diesem Video. Da wo das letzte Video aufgehört hat, beginnt direkt das nächste. Ich fahre heute Richtung Traunsee, da werde ich am Miesweg ein bisschen rumlaufen, ein bisschen wandern gehen und ihr seid natürlich wieder live dabei. Also bleibt dran und abonniert schon mal den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Auf geht's! Ich bin unterwegs und mein nächstes Ziel ist die Moa Alm. Da laufe ich jetzt ca. noch so drei Kilometer hin. Es geht die ganze Zeit gefühlt nur bergauf. Es ist so anstrengend. Ich hoffe, dass die Hütte offen hat, weil ich echt Hunger habe. Und dann wird der eh sehen gleich, wie es aussieht. Also bleibt dran! Leute, ich bin wieder auf dem Rückweg. Ich hätte auch mal früher auf die Idee kommen können, es stand eine Telefonnummer auf der Webseite. Ich habe da gerade mal angerufen und die haben erst ab April wieder offen. Hier gut. Also ich laufe wieder zurück, suche mir irgendwo ein sonniges Plätzchen und ja, da werde ich erstmal noch ein bisschen lesen wahrscheinlich und dann geht es wieder Richtung Auto zurück und irgendwo wird sich mit Sicherheit eine Gelegenheit bieten, wo ich auch was zu essen bekomme. So Leute, ich gehe jetzt in Miesweg wieder zurück, unten an der Uferseite und ja, weiter Richtung Auto, dann werden wir weiter essen. So, der Weg war jetzt relativ eng. Ich bin jetzt wieder runter vom Miesweg. Ich bin jetzt hier noch ein Stück am Weg an Traunsee lang, Richtung Auto und ich suche mir gleich ein Restaurant raus, wo ich irgendwas essen kann. Ich habe so Knast. Ja und genau, ich laufe jetzt erstmal zum Auto, fahre dann weiter Richtung Restaurant und dann seht ihr eh neue Aufnahmen, wie es weitergeht. So Leute, ihr habt jetzt gerade gesehen, ich war noch was essen. Das war ein sehr, sehr leckerer Burger auf jeden Fall und anschließend habe ich jetzt gerade noch an der Stelle, wo ich euch nochmal aufs Wasser gefilmt habe, ein bisschen gelesen und ja, jetzt fahre ich erstmal wieder Richtung Linz zurück. Die Sonne geht auch langsam hinter den Bergen runter, also sie verschwindet einfach direkt und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich für das recht freundliche Zusehen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ciao!